Joko Joko Ja Wie kriegt man deine Mutter ins Haus Mit Zimtstern Zimtstern genau Das schneide ich grad nicht Ja Ich hab dich gefragt Wie kriegt man deine Mutter ins Haus Keine Ahnung Tür einen fetten Keks reinschmeißen Ich hab immer gesagt Tür auf Das wär aber nicht lustig Ja Aua das tut weh Aua lass da Oh 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 Deine Ultimate ne Oh Im Ernst ich hab nicht mal einen Support gekriegt Entschuldigung Wer ist Wer sind sie Oh Verpisst euch Und da kommt auch noch jemand Tschüss Ich bin immer weg Oder auch nicht Oder auch doch Je nachdem wie man's nimmt Und sogar geflasht für mich ey Ja wow Wie fame sind wir denn da unten ey Halt die gosch Halt die gosch Ich hab dich auch nur zitiert Ich wünsche Mehr Aktivität von den Viewern Heute So ich mach dir jetzt alleine fertig Komm her Digga Komm her du Schlampe Ich mach dich alle alter Damage Komm her Digga Komm Komm greif mich an Junge Du hast Angst ne Jetzt läufst du weg Jetzt läufst du weg Jetzt hast du Angst vor mir Guck mal hier ey Jetzt läuft sie weg Kannst mal aufhören mich zu blocken Du blockst mich hier Das ist dir bewusst oder Ich hätt sie jetzt hart gekriegt Wenn sie sich nicht jetzt schon wieder hochgefressen hätte Alter Ich hätt sie fast alleine gemacht Du da lachst du Da lacht er einfach nur kackfrech Ich will die Wahrheit nicht erkennen Schlampe Ja Schlampe ich bin gut alter Guck dir das an ey Ich hau hier einen nach dem anderen raus Kann man jemanden dieses scheiß Minion killen Lauf Lauf Was dann Oh was Ich muss verdampfen Ich bin tot Digga jetzt pump up Musik Manu B ist schon vorbei B ist schon vorbei Aaaaah 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 Digga Yoko Ha? Hör mal mal David Guetta Digga Was ist David Guetta soll ich immer sagen? Boah alter halt die Schnauze du Troll ey David Guetta oder? David Guetta oder? David Guetta ja David Guetta David Guetta Die Hardcore Variante davon David Guetta David Guetta Oh Oh mein Gott Hör mal Hör mal Hör mal Hör mal Hör mal Hör mal Hör Was schreibt das? Ja Oh ja You know Komm hau ihr noch Schaden Hau ihr noch Schaden Hau ihr noch Schaden Hau ihr noch Schaden Oh So fast Mann das sind diese Leute die einfach nicht begreifen wie ne Kurve funktioniert Weißt du Die werfen straight drauf zu begreifen aber nicht dass das Objekt sich noch bewegt Dass man vielleicht ein bisschen weiter in Richtung geschätzte Laufrichtung zielen muss Das ist immer Ist schwierig Definitiv Ich verstehe das Ich dachte man schießt gerade Hast du noch nie Wanted gesehen oder was ist los? Doch es tut mir leid Ich hör da irgendwas quietschen auf der Lane Ich glaube irgendwas ist gestorben Das ist der Ross der Gegner Ja die haben Angst Angst Pure Angst Hass und Neid Ich hab sie geultet Drei Viertel Und niemand hat was gemacht Niemand Wo wart ihr wieder? Support macht's richtig Ihr macht's scheiße Wir sind so gut gegen Minions ne? Ja Das sollten wir zur Hauptaufgabe machen Das ist einfach ihr könnt mit da landen Das soll so wie heißen Ach knass Das ist nur Mh Gah Konzentration Geht das nicht schon nach 20 Uhr? Halt die Kursch Halt die Kursch Halt die Kursch Oh Alter was haut die denn für ne Kombi raus? Ach die hat Ulti Ja schön Was ist denn heute los ey? Halt die Kursch Was soll das nicht sein? Ja JA Halt die Kursch Ja Ja, komm, ich bin schon wieder tot, es war klar. Das ist doch abnormal, Alter. Ich hab gar nicht keinen Bock mehr, ey. Das ist so ein U*****er hier gerade. Oh. Oh, f***st du euch, Alter? Klaut mir jetzt noch... Ja, klaut mir jetzt noch meine Minions, Alter. Ich bin mal unterwegs. Simon ist auch... Also, Sion ist... Wow. Wow, nehm ich halt noch weiter auseinander. Ja, ist richtig, Alter. Ey. Ihr setzt einmal die Ulti und ich bin tot. Das kannst du mir doch nicht erklären, Mann. Joko, dein komischer Trick funktioniert nicht. Leute, wusstet ihr das, dass... Wenn ihr eine Packung... Moment. Wow. Einer ist locker. Toffifee habt, dass da Toffifee drin sind? Nein, wenn ihr eine Packung Toffifee habt, dass ihr quasi... Ich muss mal kurz gucken, sieht man das? Quasi. Hier... Die Nupsis in der Mitte drücken soll, damit die locker werden. Da sind extra solche... Solche... Diese Dinger da. So eine Einkerbell und so eine kleine Mini-Schel. Könnt ich das Geräusch noch einmal hören, bitte? Wie oft denn noch? Ich höre sie ja so gern. Hehehehe. Iku, Iku, Iku! Ja, genau. Die soll man drücken, damit die locker werden. Scheiß, Alter. Weißt du, was ich gesagt habe? Man macht einfach den hier. Warte. Kann man es sehen? Man macht einfach den hier. Und schon fallen sie alle raus. Wie der... So, Moment. Warum muss ich nur alle wiederfinden? Oh, Juku, ich habe einen Erdnuss-Flip gefunden. Wie alt der wohl sein mag? Unten links bei deinem Tisch. Woher weißt du das? Ja, den habe ich heute Morgen noch gesehen. Digger, anstatt den da rauszuholen und in den Müll zu schmeißen. Weißt du was? Du warst hier über zwei Wochen. Digger, du weißt doch, wo der Müll einmal ist. Aua! Ja, aber da war immer noch keine Mülltüte drin. Ja, aber da war immer noch keine Mülltüte drin. Oh, Alter. Ja, lass mir den einfach drunter vergammeln. Wo ist die sa... Wo ist die sa... Wo ist die sa... Wo ist die sa... Wie der... Großartig. Da ist Udi, da ist Udi, da steht AFK, der stand da im Busch, der steht AFK, der stand da im Busch, die sind beide an ihnen vorbeigelaufen. Hier, hier weiter! Stress und helf mal! Haha! Ich bin die ganze Zeit hier am sexy Geräuschen machen. Ja, ist das mal unkommentiert. Hat das jemand geschrieben, oder? Nein, nein. Ich könnte ja jetzt fragen, was ist denn jetzt schon wieder los mit dir, aber... Was zur Hölle ist los mit dir? Heute ist mittlerweile Alltag geworden. Ist ja nichts mehr Besonderes! Outro 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 Outro